Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Fable Anniversary. Ja, wir sollen eine Seherin suchen und gleichzeitig einen bösen, bösen Räuberhauptmann töten, der wahrscheinlich damals dafür verantwortlich war, dass wir unser schönes Heim verloren haben. Aber, ja, was eigentlich aber? Ach ja, genau, aber wir werden furchtbar Rache nehmen. Genau, das ist unser Ziel. So, das heißt, wir müssen jetzt aber erstmal hier lang und da lang. Oh, eine Truhe, eine Truhe, eine Truhe, schön. Und was ist drin? Ah, Attentäterstiefel. Perfekt, dann nehmen wir natürlich jetzt die Attentäterstiefel. Wir haben schon die Resteausrüstung. Attentäterstiefel, bitte. Super, wir haben jetzt Attentätige, Attentäterstiefel. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ach, hier in die Höhle, okay. Die Felsenspitz, was? Die Felsen? Ne, der Felsenspitzpfad. Gold ist die Währung im Lande Albion. Ihr könnt damit Sachen in Geschäften und bei Händlern kaufen, für Dienste bezahlen und sogar Glücksspiele spielen. Ihr müsst euch an den Räubern vorbei in ihr Lager schleichen. Sollte einer euch sehen, schlägt er Alarm und schließt das Tor. Okay. In diesem Fall müsst ihr euch verstecken, bis die Tore wieder geöffnet werden. Aber ich muss noch 25 davon töten. Okay. Ah, jetzt lerne ich eigentlich, wenn man schleicht. Okay. Klicke zum Schleichen L, während ihr euch bewegt. Das wissende Auge auf der Minikarte beginnt sich zu öffnen, wenn eure Gegenwart bemerkt wird. So. Ich bin ein Assassine. Aber den kann ich doch garantiert von hinten meucheln. Das müsste doch garantiert gehen. Nein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Eindringlinge, schließt das Tor. Du bist so gemein. Das kommt davon. Und tschakka. Und der Wegse. So krieg ich weg, wenn ich 25 Räuber hin. 25 Räuber sollt ihr sein, du dey eh. 25 Räuber sollt ihr sein, du dey eh. 25 Räuber, 25 Räuber, 25 Räuber sollt ihr sein, du dey eh. also schleichen wir uns wieder ist hier irgendjemand verdammt wo sind die wächter schafft mehr männer her ok kommt von dort noch hat mich keiner bemerkt aber er hat mich nicht perfekt er rennt da hinten herum nein da kommt das nächste verdammt ein dringlinge schließt das tor wie soll ich das machen so dann geht es so weiter ich habe jetzt schon mal sechs davon das ist doch schon mal nicht schlecht noch ein paar mal so fehlen und ich habe alle toll kann ich mich jetzt hier verstecken genau ich verstecke mich jetzt hier so da sieht mich garantiert keiner tür geht gleich auf dauert nur halt irgendwie zehn 15 20 30 stunden aber dann habe ich sie haha ich überliste euch alle garantiert kommt gleich die wächter wettenschaft mehr männer her ok sie kommen kommen sie kommen sie kommen ich sehe nichts mehr ha einer ist weg zwei ich habe die überliste steht noch da drüben wie kriege ich stehen jetzt da ha ha ich habe dich ausgedrückt ich bin der beste ich will ein assassiner ha ha da kannst du einstecken euer geldbeutel goldbeutel wird in der linken unteren bildschirmecke angezeigt hat ganz wichtig abandone road hast du gehört was sparen passiert ist was hat der idiot jetzt wieder angestellt er hat bei einem überfall seine mütze verloren hat eine ganze woche gedauert bis er wieder ins lager konnte ja heutigen tag schlassen wir ihn ohne volle kluft nicht mehr rein zwillingskling ist zurzeit auch reichlich nervös ich weiß nicht was in ihm gefahren ist hey wer ist das euer tod hat Oh, oh. Oh, oh. In die Brust. Immer in die Brust. Immer in die Brust. Ähm, Augenblick. Mir schaltet, will sich gerade der Fernseher ausschalten? Deshalb muss ich da... Äh, nein, nicht ausschalten. So, okay. Da. So. Macht euren Frieden, Willst. Haltet eure Augen. Stoß, seid halt da drüben. Nein, schlag zurück. Verdammt, der hat mir mit einem Schlag getötet. Ne, ne, verstehe nicht. Ne, aber. Boah. Ist schon ein etwas stärkerer Gegner. So, erste Kiste. Da werden wir garantiert irgendeinen Lederlumpen finden. Ja, natürlich. Wir haben die Räuberstiefel. Perfekt. Und hier finden wir die... Olberhemd. Damit haben wir zwei von fünf. Ja, ja. Verdammter. Ambruchsschütze. Du hast mein Killer-Kombo verdichtet. So. So. Okay. Ist hier noch irgendwo ein Paket? Nein. Gar nicht. Komm schon. Das macht mich nervös. Der Gesundheitszustand ist kritisch. Wie viel hält der denn noch aus? Braucht dringend eine stärkere Waffe. Das macht mich nervös. Das macht mich nicht mehr. Das macht mich nicht mehr. Und in die Brust wieder. Tja, damit ist der auch weg. So, hier ist doch garantiert noch irgendwo eine Kiste, oder? Ja, genau, Perfekto. Räuberhose. Aber erstmal die Ampusschen schneiden. Prost hat abgeschlossen. Mindestens 24 Räuber wurden gemesselt. Und es werden noch mehr gemesselt. Wenn ich hier drauf gehe. Ja. 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 Das war's für heute. euer gesundheitszustand ist kritisch der lebt noch aber jetzt nicht mehr alles her damit und noch mehr an der ich mich vorbeistet sie muss überhalts tuch noch ein gegenstand und jetzt müsste ich alle gegenstände haben genau und kann mich damit jetzt als räuber verkleiden ausrüstung dörfler räuber bekleidung total unauffällig bin ich jetzt ein die jungs ich bin aber von euch tut mir nix ich bin mich echt cool ein feind da drüben hat nicht ganz konzipiert von der seite die jungen die jungen die jungen so Ihr Idiot! Zauberst du ihn! Nein, ich bin tot! Oh, oh, oh. 9 Riss Hьте Ah, was soll ich sagen, alle wieder eine Benebungsvögel, oder? Ah ja 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 du bist auch weg euer gesundheitszustand ist kritisch haltet eure augen haltet eure augen eigentlich der wäre auch weg steht da oben noch einer so und die letzte was gibt es hier ja genau das was ich brauche so dann reden wir mal hier mit dem törchen seid ihr doch keiner von denen oder meine augen sind auch nicht mehr was sie mal waren war ein edler ritter seine rüstung glänzte da herrlich wahrscheinlich hat das meine augen beschädigt dann war da ein böser magier der die aller dunkelsten magischen gewänder trug der letzte war ein schurke ein räuber etwa wie die jungs hier wo ist der edle ritter den ich erwarte ok das heißt ich brauche da wahrscheinlich ritter ausrüstung damit ich damit mir das tor hier die tür öffnet egal ja wir gehen weiter allerdings erst in der nächsten folge sind doch etwas länger geworden heute deshalb wir sehen uns in der nächsten folge wieder morgen oder übermorgen oder übermorgen ich weiß genau welchen tag behauptet haben aber bis dahin sage ich danke dass sie zugeschaut hat und wir sehen uns bald wieder